Deine Woche, wie wird deine Woche denn so sein? Diese Legung, das ist ein Wochenorakel. Und du bist hier richtig, wenn du an deiner Woche Interesse hast und du entscheidest sozusagen, welche Woche das ist, je nachdem, wann du dir diese Legung anschaust. Also das kann zum Beispiel hier schon diese Woche sein, wenn diese Woche nicht gerade jetzt schon so zu Ende geht. Ansonsten, das ist also die zukünftige Woche oder diese Woche, wenn du das zum Beispiel hier diese Legung dir anschaust am Anfang der Woche. Und eine Karte habe ich hier schon für dich. Ach so, sonnige Grüße schicke ich dir. Es freut mich sehr, dass du jetzt hier bei mir bist. Deine Woche, wie wird diese Woche denn so für dich sein? Vier Karten, vier Themenbereiche, ich schaue rein. Und ich habe hier für dich, oh, den Pagen der Schwerter. Da wird es Kommunikation geben. Da kommt jemand auf dich zu. Da wird sich jemand bei dir melden. Da bekommst du Nachrichten, eine Nachricht oder mehrere Nachrichten. Ich habe hier Gespräche. Ich habe hier vielleicht auch klärende Gespräche oder erklärende Gespräche. Vielleicht wird sich jemand erklären. Vielleicht wird jemand auf dich zukommen und möchte dir einfach irgendetwas unbedingt sagen. Ich habe das hier so bei einigen, kann das jemand sein, der schon lange, ja, das möchte einfach, der vielleicht sich auch hier im Hintergrund aufgehalten hat und nicht zu dir durchkommen konnte, aus welchen Gründen auch immer, nicht mit dir sprechen konnte. Und jetzt endlich in dieser Woche wird diese Kommunikation möglich sein. Da habe ich ein Angebot für dich zu sprechen, zu kommunizieren, sich auszutauschen. Vielleicht bleibt es nicht nur bei einem Gespräch, sondern es wird auch ein Treffen sein von Angesicht zu Angesicht. Das kann auch so sein, ja, dass du eine Einladung bekommst, irgendwie ein Termin. Das kann hier auch ein Termin sein, dass endlich in dieser Woche dieser Termin möglich sein wird, stattfinden wird. Dass du da sozusagen eine Zusage für diesen Termin bekommst, dass du einen Termin bekommst. Das kann hier auch so sein. Aber ich habe hier für dich noch die neun der Kelche. Uh, Freude, Genuss, etwas erleben auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Jemand, schau, jemand postet dir hier zu. Das ist sehr positiv. Dann die acht der Münzen, der Fokus. Das ist auch Fleiß. Sich mit etwas oder jemandem beschäftigen. Ich schaue hier genauer rein in diese Karten, ja. Und dann, uh, die acht der Stäbe. Gute Neuigkeiten, schnelle Entwicklung, viel Kommunikation. Also diese Woche, da wirst du viel kommunizieren. Da wirst du viel in Austausch gehen mit anderen Menschen. In irgendwelche Situationen, ja, sich in Situationen wiederfinden, wo es sehr viel zu besprechen gibt. Oder vielleicht mit anderen Menschen auch zusammen sein, sich austauschen. Hier aber auf eine sehr gute Art und Weise. Also ich habe hier nur positive Karten für dich, ja. Nur positive Karten. Und ich schaue mir hier den Pagen der Schwerter genauer an. Was möchte er dir bringen? Was möchte er dir sagen? Der Page der Schwerter. Die zwei der Münzen und die acht der Schwerter. Ja, Kommunikation. So wie ich das gesagt habe. Kommunikation war hier nicht möglich. Jemanden waren die Hände gebunden. Jemand konnte nicht sehen, nicht sprechen. Nicht irgendwie aus, ja, aus so einer Beengtheit. Etwas hat ihn oder sie eingeengt. War nicht möglich. Wie so eine Mauer drumherum, ja. Und man konnte nicht. Man wollte, aber man konnte nicht. Vielleicht hatte man auch nicht alle nötigen Informationen mit der Augenbünde, ja. Man hat etwas nicht gesehen. Man hat dadurch etwas nicht gewusst. Es war noch nicht klar. Und deswegen war diese Kommunikation, ja, dieses Angebot hier konnte zu dir nicht durchkommen aufgrund dessen. Und das wird jetzt möglich sein in dieser Woche. Das zeigen mir die Karten nochmal hier. Und vielleicht sogar zwei Dinge werden zu dir durchkommen. Vielleicht zwei Termine, zwei Verabredungen, zwei Angelegenheiten. Du wirst diese beiden Sachen, du wirst damit klarkommen. Du wirst es gut managen können. Du wirst mit diesen beiden Sachen gut umgehen können. Denn du siehst hier, dieser Mensch hier jongliert mit beiden. Also das ist möglich. Das wird auch spielerisch für dich sein. Das wird nicht anstrengend sein. Das wird locker sein. Also wenn dich zum Beispiel ein Gespräch erwarten sollte, nur eins, mit einem ganz bestimmten Menschen, dann wird es locker sein. Dann wird irgendwie auch ein bisschen Spaß dabei sein. Also ich habe hier nicht so die krasse Ernsthaftigkeit drin. Wenn du zum Beispiel auf einen Termin gewartet hast, dann habe ich diesen Termin locker wahrnehmen. Locker spielerisch durch diesen Termin durchgehen. Ich habe hier, das ist ja wie so ein Spaziergang oder wie so eine Freizeitbetätigung. Auch wenn es vielleicht ernst ist. Auch wenn es vielleicht etwas Behördliches ist. Weil ich habe hier nun mal die Schwerter. Das kann auch etwas mit Papieren, Unterlagen, Behörden zu tun haben. Und da habe ich aber die spielerische Leichtigkeit, Lockerheit, so damit gut klarkommen. Genau auf die richtige Art und Weise das alles machen. Und es wird kein super anstrengendes Gespräch werden, soll ich dir sagen, falls es ein Gespräch sein soll. Ein Termin, wo du sprechen musst, vielleicht sogar zwei Termine. Das wird nicht anstrengend. Das wird in die Leichtigkeit gehen. Vielleicht am Anfang wird man so ein bisschen aufgeregt sein. Befangen sein in irgendeiner Form. Vielleicht nicht richtig das aussprechen können, was man hier aussprechen möchte. Das ist aber am Anfang und dann, dann läuft es. Dann läuft es. Also ein, das ist kein Gespräch, wo man jetzt hier aufgeregt sein müsste. Sage ich mal so. Ja? Aber was habe ich denn noch in der Woche für dich? Die neun der Kelche. Die neun der Kelche. Wieso sind die neun der Kelche hier? Ja, du wirst befreit werden. Oder jemand wird dich von etwas, ja, sowas Unangenehmen befreien. Ja? Du gehst hier die Leichtigkeit, du gehst hier in die Freude rein. Du gehst hier in eine Gesellschaft rein, wo man dich erwartet, wo man dich mag, wo man dich willkommen heißt, wo man dich dabei haben möchte. Und dieses Negative mit den sieben der Schwerter und dem Gericht, das fällt weg. Die negativen Umstände, die negativen Menschen, das negative Gesagte, das, was dich vielleicht die ganze Zeit belastet hat, wo du vielleicht auch irgendwo nicht so die Wahrheit gesagt bekommen hast, spielt irgendwo jetzt, ab jetzt dann keine Rolle mehr. Das fällt komplett weg. Vielleicht hat es auch mit einem bestimmten Menschen etwas zu tun, ja, der dich irgendwie da hinters Licht führen wollte, der dir nicht die Wahrheit gesagt hat. Und dieser Mensch geht komplett raus. Diese Lüge geht raus. Das ist egal, ob du die Wahrheit erfahren wirst oder nicht, weil das keine Rolle mehr spielt in deinem Leben. Du wirst davon befreit werden. Und was auf dich zukommt, ist die Leichtigkeit, ist die Freude. Vielleicht wirst du sogar hier was essen gehen, was trinken gehen, mit anderen Menschen so Freude erleben in einer schönen, angenehmen Umgebung. Und ich bekomme aber auch noch eine andere Nachricht für jemanden hier. Vielleicht die andere Gruppe. Das können auch mehrere Menschen sein, ja. Schreib mir vielleicht in die Kommentare, ob du zu der einen oder zu der anderen Gruppe dazugehörst, zu Gruppe 1, was ich bis jetzt gesagt habe. Oder vielleicht die Gruppe 2, vielleicht bist du da dabei. Ja, da habe ich hier etwas, also nicht etwas, sondern das hat mit jemandem, mit einer Situation was zu tun. Und da wurdest du immer an der Nase herumgeführt. Absichtlich, nicht absichtlich. Es kann wirklich mit Absicht gewesen sein oder nicht mit Absicht. Hat sich verzögert. Jemand ist dir aus dem Weg gegangen. Es wurde immer wieder verschoben. Dieses Treffen, diese Angelegenheit. Man hat dich vertröstet sozusagen. Ja, momentan geht es nicht, aber dann nächste Woche wird es schon endlich gehen. Und diese Woche ist es sozusagen soweit. Ja, dieses Vertröstende, dieses Rumgeschiebe, dieses Verschieben, dieses sich irgendwie nicht trauen, da zu sein, zu dem zu stehen, zu sich zu stehen, zu dir zu stehen, zu dieser Angelegenheit zu stehen. Diese Woche wird es endlich so sein, dass man da ist, dass man da zu steht, dass man das wahrnimmt. Und vielleicht hatte jemand anderes, wenn da eine andere Person mitbeteiligt ist, ich glaube, dass jemand hat auch irgendwo Angst gehabt. Man war vorsichtig. Man wollte das irgendwie umgehen. Es geht aber nicht, ja. Man kann das nicht umgehen. Und man wird sich dieser Woche dem Ganzen stellen. Und das wird auch super gut tun. Dir, der anderen Partei oder den anderen Parteien. Ja, das wird sehr gut verlaufen, gut tun, befreien sein, erfüllend sein hier auch mit dem Gericht. Da wird endlich etwas aus der Welt geschaffen, da verschwinden, was irgendwie nicht angenehm war. Und diese Woche ist es dann weg und man freut sich. Man ist frei. Man hat es irgendwie gelöst. Ja, eine Lösung habe ich hier, eine Erlösung habe ich hier in dieser Angelegenheit für dich. Vielleicht hat sich das auch Ewigkeiten hingezogen, ja. Und nee, geht nicht. Nächste Woche. Nein, diese Woche geht auch nicht. Nächste Woche. Ob mit Absicht oder nicht mit Absicht, das ist jetzt hier egal, aber das hört auf. Und es kommt zu diesem Moment und dann wird man sich hier freuen, ja. Und das wird aufgelöst sein, erlöst sein. So was bekomme ich hier für dich. Und ja, die Acht der Münzen. Aber ich möchte noch eine Orakelkarte für dich ziehen. Oh, das sind zwei. Ja, Befreiung, ja. Loslassen, Loslösung. Erlösung habe ich hier. Und hier nochmal, ja. Und da wirst du irgendwie so eine Erleichterung verspüren in dieser Woche, eine Befreiung von etwas befreit werden. Vielleicht auch etwas gehen lassen können, endlich. Etwas loslassen können, endlich. Eine Sache, eine Angelegenheit, vielleicht sogar einen Menschen, aber Menschen habe ich nicht so. Das ist eher so eine Angelegenheit, ja. Oder irgendeine Geschichte oder eine Sache, ja. Da wird es sozusagen, da kommt so eine Leichtigkeit rein, Erleichterung, Befreiung. Und das sieht man hier auch mit dem Gericht. Da möchte dir die Orakelkarte nochmal das irgendwie zeigen. Und dann habe ich auch die Wahl. Du wirst in irgendeiner Angelegenheit die Wahl haben diese Woche oder nächste Woche, ja. Nächste Woche dann, wenn du zum Beispiel dir diese Legung am Samstag oder am Sonntag anschaust, vielleicht am Freitag, ja. Dann ist es die kommende Woche. Und wenn du diese Legung am Montag, Dienstag schaust, dann ist es diese Woche, ja. Du wirst die Wahl haben, du wirst dich entscheiden können, du wirst die richtige Entscheidung treffen, soll ich dir sagen. Vielleicht weißt du, worum es geht. Vielleicht weißt du, dass du dich dann und dann entscheiden musst oder die Wahl treffen musst, muss, ja. Oder vielleicht würde es so sein, dass du es endlich kannst, ja. Endlich habe ich die Wahl, endlich. Vielleicht weißt du das, dann schreib mir in die Kommentare Wahl, ja. Ich habe die Wahl, ich weiß, was es ist, hm. Oder ich möchte endlich die Wahl haben und ich, das ist gut, dass diese Woche diese Wahl zum Beispiel getroffen werden kann. Also das kannst du mir in die Kommentare schreiben, auch hier mit dieser Wahl, ja. Oder vielleicht gibt es eine wichtige Angelegenheit in deinem Leben und die, ja, wo das die ganze Zeit irgendwie nicht so war. Nicht so richtig war, wie es sein sollte. Dann kannst du mir das auch schreiben, weil da wird es halt endlich so sein, wie es sein soll, ja. Die Acht. Die Acht der Münzen. Was haben die hier zu suchen? Eine Aufgabe kannst du erledigen. Du wirst eine Aufgabe erledigen können. Oh, vielleicht, vielleicht auch in der Liebe. Es ist irgendetwas, was mit einem Menschen zu tun hat. Ich habe hier den König der Kelche. Da kann ein Mensch dran beteiligt sein. Da kann ein Mensch irgendwie eine Rolle spielen bei dieser ganzen Angelegenheit. Kann auch romantisch sein. Kann, muss nicht. Weil ich habe hier die Münzen. Das kann auch etwas Arbeitsmäßiges sein. Das kann auch etwas sein, was du erledigen musst. Kann dein Job sein, deine Arbeit kann auch in der Freizeit aber sein, was einfach, ja, Aufmerksamkeit erfordert und Fleiß und Hingabe und genau hinschauen und dich in diesem Moment fokussieren. Vielleicht über eine längere Zeit. Das einfach erledigen. Und ich habe das hier so, dass du am Anfang so denken wirst, puh, oh mein Gott, das schaffe ich nicht. Schaffe ich das? Und dann wirst du sehen, ja doch, ich versuche es, ich probiere. Und dann wirst du hier die nötige Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken können, dich fokussieren, dich konzentrieren. Alles drumherum ist einfach so, dass dir das Ganze gelingt. Dass dir diese Schwere immer leichter vorkommen wird, weil immer mehr abgearbeitet wird. Oder wie zum Beispiel so irgendetwas schmieden, ja. Du hast erstmal einen Block Metall, dann musst du das Metall erhitzen, dann musst du das formen, dann musst du das schmieden. Und dann am Ende hast du, ich weiß nicht, irgendetwas Wunderschönes, was du selber erschaffen hast. Vielleicht sogar ein bisschen kreativ sein kannst du hier. Aber wie gesagt, am Anfang wird es hier so sein, oh mein Gott, das ist so schwer, das ist so kompliziert, ja. Und dann wirst du merken, nee, das geht, das geht mit der richtigen inneren Einstellung vielleicht, ja. Und der Mensch könnte dir zum Beispiel dabei helfen oder du machst etwas für diesen Menschen. Und wenn es romantisch ist, dann habe ich das hier so, dass auch dieser Mensch mitmachen wird. Dass dieser Mensch etwas dazu beitragen wird, sich auch bemühen wird, auch den Fokus drauflegen soll, wird, ja, auch den Fokus haben wird auf diese ganze Angelegenheit. Man wird sich nicht wegdrehen, sondern man wird anpacken, auch wenn dieser Mensch weiß, okay, könnte schwierig werden. Und dann wird auch dieser Mensch merken, okay, das geht, das ist immer leichter. Vielleicht geht es um eine Angelegenheit, die euch beide betrifft und ihr könnt da irgendwie zusammenwirken. Kann romantisch sein, kann aber auch beruflich sein. Aber dieser Mensch mag dich, soll ich dir sagen, weil das ist hier der König der Kelche. Also das ist jemand, der dich entweder mag, ja, auf Arbeit, jemand, der dich mag. Oder bei dieser ganzen Angelegenheit, vielleicht ist es ein Freund, eine Freundin. Kann aber auch jemand sein, der schon Gefühle für dich hat, ja. Und da kommst du irgendwie in diese Angelegenheit, kommst du ein Stück weiter, ein großes Stück weiter kommst du da. Ja, das ist positiv, das ist die ganze Zeit positiv, was ich hier so habe. Erlösung, Befreiung, die Wahl haben, ja, Leichtigkeit, also toll. Und jetzt hier, diese schnelle Entwicklung oder diese guten Neuigkeiten oder du wirst etwas erfahren und dadurch wird die ganze Sache entweder losgehen oder beschleunigt werden. Und ich habe auch hin und her, Kommunikation zum Beispiel oder du machst etwas, dann gibst du die Sache dem anderen Menschen. Er erledigt es ganz schnell und dann kommt es wieder zu dir zurück und dann kannst du weitermachen. Also, so eine Zusammenarbeit habe ich hier auch mit dieser Karte, aber ich schaue mir das Ganze genauer an. Die 3 der Stäbe und die 10 der Schwerter. Du kannst endlich etwas beenden, zu Ende bringen, durch gute Neuigkeiten. Endlich kannst du abschließen. Endlich kannst du dieses Kapitel einfach zu Ende schreiben, zu Ende lesen. Ich habe das hier so, dass du schon lange darauf wartest, dass es irgendwie zu Ende geht. Vielleicht, dass die Wartezeit zu Ende geht und dass dieser Mensch sich endlich bei dir meldet, dass dieser Umstand endlich da ist, dass diese Situation endlich so ist, dass man zum Beispiel mit diesem Warten aufhören kann. Das habe ich hier für dich in der Woche. Also, du wartest darauf, dass es irgendwie endlich da ist oder dieser Moment endlich gekommen ist. Und dann geht diese Wartezeit zu Ende oder dadurch, dass es jetzt endlich bei dir angekommen ist, ist dieses Unangenehme, ich bekomme sowas oder Hoffen und Bangen, ist es zu Ende. Und dann geht es endlich los, weil die Wartezeit vorbei ist oder weil du endlich diese Sache bekommen hast, diesen Gegenstand oder dass endlich dir jemand das gesagt hat, worauf du die ganze Zeit gewartet hast, hat dir endlich dieser Mensch jetzt endlich das gesagt und endlich kannst du abschließen und weitermachen zum Beispiel. Das muss nicht unbedingt, ich habe hier nicht irgendwie, dass jemand mit dir Schluss machen wird, das meine ich nicht. Dass es vorbei ist mit dieser Liebe oder so, das meine ich auch nicht. Sondern das ist hier etwas, worauf du gewartet hast, dieses Warten ist vorbei und endlich geht es los. So habe ich das hier, ja. Und das kann nicht nur in der Liebe sein, das kann irgendeine andere Angelegenheit sein in deinem Leben. Ich habe hier eher keine, keine Kelche. Also es ist eher nicht die Liebe, nicht die romantische Liebe, sondern irgendeine andere Angelegenheit. Und dann kannst du wirklich richtig durchstarten, richtig loslegen hier. Und das sieht sehr, sehr positiv aus. Ja, können unter Umständen auch hier die Pfeile der Liebe sein, die endlich in deine Richtung versendet werden oder die du in die andere Richtung zu dem anderen Menschen senden kannst. Und endlich ist das vorbei, was das irgendwie behindert hat, verhindert hat, ja. Das kann hier auch so sein, ja. Gut, ich bin jetzt am Ende dieser Legung, bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier bei mir warst, dass du zum Ende dran geblieben bist, ja. Und liken, kommentieren, abonnieren. Vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.